hallo meine lieben willkommen zurück auf meinem kanal und zu einem neuen planer video dieses mal machen wir die kalender woche 12 und wir fangen die wochendeko wieder so an wie die letzten zwei und zwar unterteilen wir uns die blanke seiten bzw meine seiten sind gepunktet in sechs gleich große rechtecke und das letzte rechteck wird dann auch noch mal halbiert das ist dann das wochenende ich habe dieses mal wieder mich für eine pastellige farbe entschieden und wollte eigentlich so einer farbe koral apricot bleiben ist mir aber aufgefallen dass ich so irgendwie komplett falschen geschreibe erwischt habe das ist eigentlich ein pastell pastell apricot würde ich sagen von der farbe von außen aber nachdem ich das in meinem planer angefangen habe zu zeichnen habe ich festgestellt dass das doch schon sehr starken neon farbton hat und ich habe mich für ein stempelkissen entschieden was mir in richtung rosa geht und dann habe ich mir gedacht okay dann machen wir so eine mischung draus so ein bisschen rosa ein bisschen apricot pink es bleibt also in dem bereich also es ist farb ähnlich und teilweise muss ich auch sagen es ist auch gar nicht so einfach gewesen das ganze aufzuzeichnen weil das rosa ist doch relativ hell auch jetzt der gelschreiber zumindest im video sieht das relativ hell aus und irgendwie lässt sich das halt nicht so einfach filmen also ich habe auch schwierigkeiten gehabt das ganze hinterher zu fotografieren so also wie gesagt wir unterteilen uns die seiten teile und machen noch zu jeder linie noch gestrichelte dingen dazu von oben und von unten damit das so ein bisschen ja wie genäht aussieht dieses mal habe ich wieder ein stempel set von stempelgläde mir rausgesucht das hatte ich auf meinem schreibtisch liegen gehabt eigentlich ist das ein babysat ich fand aber die schmetterlinge aus dem set so toll und die schnörkel und habe ich mir gedacht warum muss man das nur für eine baby karte benutzen das geht natürlich auch für was anderes und für mich sah es halt nach frühling aus und deswegen habe ich dann mich für dieses stempel set entschieden hier seht ihr die schnörkel die ich benutze die werden halt in meine stempel hilfe aufgenommen da diese gummi stempel bei mir noch nicht montiert sind habe ich sie mit doppelseitigem klebeband nein nicht mit doppelseitig mit normalem teaserfilm einfach eingerollt und befestigt und jetzt verwende ich das sogenannte rosa stempelkissen bzw das ist die nummer 35 vom action und heißt cold chicks da der ton sehr hell ist habe ich das auch jetzt mehrmals gestempelt damit man das halbwegs erkennen kann also ich meine im original sieht man das schon recht gut dass es rosa ist aber wie gesagt jetzt hier im video und auch schon beim drehen ist mir das aufgefallen dass das gar nicht so leicht ist das wahrzunehmen das ganze wiederhole ich halt auch an den kanten an den seiten da ist hier natürlich die stempel hilfe von großem vorteil dass man das halt auch mehrmals einfärben kann nach dem fertig stempeln habe ich das ganze gereinigt und hier seht ihr auch das stempel set ich habe mich noch für die schmetterlinge entschieden die werden jetzt auch da sie nicht montiert waren mit dem teaserfilm befestigt an meiner stempel hilfe und die werden genauso in diesem cold cheeks nummer 35 gestempelt im moment mag ich dieses ton in ton arbeiten und auch hier habe ich jetzt zweimal gestempelt sogar ein drittes mal verschieben mein papier wieder und selbst die schmetterlinge neu an und das ist auch etwas was sie mit jedem stempelkissen machen könnt habt ihr einen zu krassen farbton dann könnt ihr das einmal auf dem schmierpapier abstempeln und das den zweiten abdruck dann verwenden habt ihr einen sehr hellen ton wie in dem fall dann könnt ihr das halt so oft wiederholen bis die farbe euch intensiv genug vorkommt wie ihr seht bei den schmetterlinge habe ich sogar drei mal das ganze wiederholen müssen damit man das vernünftig erkennt nach dem fertig stempeln wieder sauber machen das ganze ab montieren hier habe ich mir die doppel seiten und beide seiten auf meine magnetische platte montiert und verwende das gleiche stempelkissen und ein blending brush um ein bisschen farbe einzuarbeiten damit die seiten halt nicht so stark weiß bleiben bzw es ist kein richtiges weiß meine seiten sind so ein bisschen ja ich würde sagen so ein dreckiges weiß nach dem einfärben habe ich dann gedacht wir können auch wieder ein paar spritzer benutzen und habe meine meinen karton rausgeholt die seiten da reingelegt und mit dem selben stempelkissen weitergearbeitet ich habe es mir auf den acryl block abgestempelt und mit wasser verdünnt und mit dem pinsel spritzer gesetzt das ganze habe ich beiseite getan zum trocknen und am ja nicht gerade am nächsten tag aber paar tage später habe ich hier dann weiter angesetzt und mir war das ganze alles ein bisschen zu blass zu zu ja zu ähnlich und da habe ich mir dann noch andere farben dazu genommen ich habe auch die wochentage gestempelt das natürlich wieder auf etikettierpapier in a4 mit dem archival ink in grau hickory smog ist das wieder für die wochendeko 12 habe ich eine 2 gestempelt in dem gleichen rosa auch hier musste ich mehrmals wiederholen damit man das wirklich erkennen konnte zu der 12 2 natürlich noch eine 1 das ist wieder das stempel set von kreativ zeitlos das ist eigentlich ein baby album stempel set aber da habe ich mir die woche rausgeschnitten und die wochentage oder die wochentage die wochen bezeichnungen das ganze sauber machen wieder zurückräumen und die wochentage sind diesmal von lecria design die sind auf englisch und die habe ich wie hier im video zu sehen einfach direkt alle übereinander montiert mit dem hickory smoke gestempelt sauber gemacht abmontiert und um das thema schmetterlinge wieder aufzugreifen habe ich den kleinsten schmetterling aus der platte die ich vorhin verwendet habe von stempelgläde noch dazu gestempelt zu jedem wochentag ein kleines schmetterling dazu auch wieder in dem gleichen rosaton zweimal gestempelt den versetzt neu montiert und das ganze sie mal wiederholt bis ich alle wochentage dann fertig hatte selbst hier könnt ihr sehen dieser dieser streifen wird immer wieder verwendet und neu angesetzt und so lange der hält das ist auch gar kein problem wie bereits bei den letzten wochen dekos habe ich für woche zwölf jetzt den kreisstanzer von ekei rausgepickt und den raus gestanzt wie vorhin schon erwähnt habe ich paar tage später mit dem ja metallik aquarellfarben vom action in rosa weitere sprengler gesetzt damit mir ja damit ich ein bisschen mehr kontrast habe damit die seite interessanter wird und nicht so krass ton in ton ist also es ist weiterhin ein rosaton aber metallisch zum trocknen beiseite gelegt meine wochentage habe ich nicht vor der kamera aber vorher schon ausgeschnitten und ich habe entschieden dass ich für ein bisschen mehr interesse auch die gleichen stempel für die schmetterlinge nochmal auf aquarellpapier stemple und ihn anschließend noch koloriere auch hier verwende ich wieder das hickory smoke von archival ink und stemple mir die schmetterlinge mehrmals hier verwende ich wieder mein lieblings aquarellpapier von gerstecker und das ist auch wieder ein reststück also ich benutze schon seit jahren und immer wenn ich was größeres geschnitten habe hatte ich meistens bei den großen a3 bögen auch immer große streifen verschnitt und die habe ich natürlich aufgehoben zum wegschmeißen ist sowas natürlich total total verschwendung also ihr seht ja ich benutze auch nur ein teil von von diesem papier stück und setzt meine stempel so nah wie möglich aneinander um auch das papier weitgehend auszunutzen ich werde die schmetterlinge hinterher ausschneiden und da ich die von hand ausschneide brauche ich auch nicht viel platz zwischen den schmetterlingen die mal wieder sauber machen und abmontieren die habe ich wie gesagt ausgeschnitten dass das ganze habe ich nicht vor der kamera gemacht um das video auch etwas kürzer zu halten für euch und ich habe mir wieder meine distress reinka palette raus gekramt und habe dann die schmetterlinge in einem zarten rosa und mit einem hellen pink ton dann koloriert für die körper der schmetterlinge habe ich ein braun ton benutzt hier ist das auch keine große kunst also ich habe hier wirklich nicht viel mit schichten und schattierung gearbeitet ich habe tatsächlich nur mit einem zarten rosa angefangen die schmetterlinge alle erstmal ein bisschen angemalt und das ganze noch ein bisschen verstärkt durch den pink ton also das war jetzt wirklich nicht aufwendig ich wollte auch relativ zügig mit der wochendeko fertig werden es ist immer so nach lust und laune manchmal hat man mehr lust zu kolorieren manchmal hat man weniger und wie man sieht also man braucht da kein großer künstler sein dass es mit wenigen handgriffen ist das auch hinzubekommen also und bei schmetterlingen es gibt schmetterlinge in verschiedensten farben da könnt ihr eigentlich eure fantasie freien lauf lassen ich weiß zwar nicht ob es pinke und rosa farben schmetterlinge gibt aber bei mir sind das fantasie schmetterlinge es funktioniert hier ist der pink ton den ich erwähnt habe den versuche ich halt in das helle rosa einzublenden und hier ist es halt so dass die wochendeko sonst relativ minimalistisch ausgeführt wird und diese schmetterlinge sind halt dann der wow effekt ich hätte die auch auf stickerpapier stempeln können und die dann ausschneiden können die wären halt dann etwas durchsichtiger ich habe halt in den letzten wochen festgestellt dass ich dann eigentlich das gut ganz gut finde wenn ich das auf aquarellpapier stempel weil das kolorieren auf aquarellpapier ist einfach anders und für mich fällt es halt einfach leichter darauf zu kolorieren das etikettierpapier ist relativ dünn und wenn man halt da mit sehr viel wasser dran geht dann ja welt sich das papier und manchmal verwischt auch was und das sieht halt ja es kann halt nicht so viel wasser aufnehmen es ist es anders es funktioniert man kann es durchaus ausprobieren aber ich finde bessere ergebnisse bekommen kann man halt wirklich mit aquarellpapier hier gehe ich mir dann wieder mit dem hellsten rosaton wieder mit rein und versucht das halt alles ein bisschen mit dem pink zu verblenden hier ist der erwähnte braun ton da wird auch nicht viel gezaubert einfach ein bisschen braun in die mitte und fertig dann habe ich angefangen meine wochentage so ein bisschen vorzubereiten und aufzukleben da muss man eigentlich auch nur die trägerfolie abziehen das sind ja tatsächlich selbstklebende etikettier folien das heißt ihr habt papier und unten drunter habt ihr eine klebende seite müsst ihr nur die trägerfolie abziehen und können dann direkt aufkleben diesmal habe ich dann tatsächlich mit den wochentagen zuerst angefangen habe die positioniert und die schmetterlinge anschließend da verteilt wo ich denke dass sie dann am besten zur geltung kommen meine erste absicht war eigentlich diese schmetterlinge die hinter den wörtern oder hinter den wochentagen gestempelt sind als füller für die wochentage zu nehmen aber irgendwie fand ich die dann zu viele graden zu schön um da noch drüber zu schreiben also habe ich dann die zahlen auch daneben gesetzt also die habe ich dann handschriftlich ausgefüllt da wollte ich die schmetterlinge tatsächlich so belassen wie sie sind und da die schmetterlinge auf aquarellpapier gestempelt waren musste ich natürlich hier wieder mit teki glue arbeiten und habe dann ein nach dem anderen mit teki glue aufgeklebt ich habe auch versucht die gestempelten schmetterlinge nicht zu sehr zu überkleben dass man von dem hintergrund auch noch einiges erkennt hier habe ich einen schmetterling nur zum teil aufgeklebt und den abgeschnittenen flügel habe ich dann auf die andere seite gesetzt zum wegschmeißen waren das dann auch zu schade und so kann man das ganz gut miteinander integrieren und nachdem die großen schmetterlinge platz gefunden haben habe ich mich dann mit den kleineren weiter vorgearbeitet das war jetzt auch der letzte schmetterling jetzt muss noch die da war ein schmetterling ein sticker zumindest zu sehr in ein loch oder hat ein loch verdeckt und dann habe ich jetzt dieses loch freigelegt mit der kroppe da das ist meine loch stanze die ich verwende jetzt noch die seiten in mein planer wieder reinsetzen und die wochentage eintragen das ist die woche 21 bis 27 märz und wie gesagt habe ich die wochentage einfach daneben geschrieben oder darunter je nachdem wo platz war und damit hätten wir die kalender woche 12 auch fertig vielen dank fürs zuschauen und ich würde sagen bis zum nächsten video bis dann tschüss ab r